Der One-Click Cup Thermoreisebecher, der überzeugt hier wirklich mit einem sehr schönen Design, das man auf diesen hochwertigen Fotos auch sehen kann. Das ist ein sehr schöner, schön geformter Becher. Der Vorteil dieses Bechers ist, man hat eine sogenannte One-Click-Einhand-Bedienung. Der noch größere Vorteil ist, dass wir hier eine 360-Grad-Anwendung ohne Henkel haben. Dabei haben wir einen Auslaufschutz und wir haben einen Überschwappschutz. Der Becher ist im unteren Bereich so schmal, dass er in jede Becherhalterung in jedem Fahrzeug passt. Der gesamte Becher ist spülmaschinenfest und der obere Kunststoffteil ist BPA-frei. Der Becher hält heiße Getränke für 6 Stunden heiß oder Wasser und kalte Getränke für 12 Stunden kühl. Sie erhalten auf diesem Becher 5 Jahre Garantie. Das zeugt schon von einer sehr guten Qualität.